Sonntagmorgen mal Bright Memories, ne Bright Memories, nicht Memories, genau. So, jetzt gehen wir mal in die Options. Also ich starte es heute wirklich zum aller allerersten Mal. Ich habe da noch gar nichts von gesehen. Ich habe gerade so ein bisschen das Problem, dass ich halt schaue. Ah, da ist ein Mauszeiger, alles klar. Options, ich stelle mal die mal an. So, Raytracing machen wir mal an. Das hat man auch nicht gestellt bekommen. Jawohl, müsste soweit passen. Sound, wenn wir mal die Lautstärke müsste reduzieren. Englisch ändern wir mal auf Deutsch. Die Audio ist Englisch, aber da ist schon mal klar. Die Gesamtlautstärke werden wir mal ein bisschen reduzieren. Ja, wenn es hinterher zu leise ist, kann ich es ja immer nochmal anpassen oder so. Wobei einen kleinen Tucken lauter kann es, glaube ich. So, machen wir mal so drei Viertel. Ja, so müsste das in Ordnung sein. So, gehen wir mal zurück. Und dann starten wir gleich mal ein neues Spiel. Da bin ich ja mal gespannt. Am Starten heißt neu spielen, werden die alten Daten überschrieben fortfahren? Ja, ich habe ja keine alten Daten. Also von daher. So. Noch mal ein paar Einstellungen hier vornehmen. Die zwei Welt sind verbunden, wie ein Paar von Twins. Für einen zu überleben, den anderen muss man sich verabschieden. ja das sieht schon wieder in einer blutigen schießerei aus ja auf jeden fall ich hab sogar jetzt direkt x12 und rtx mal angeschaltet es geht gleich los hier mit einer action spielen auch gar nicht gespielt egal ich renne hier gleich gegen die tür weil ich ja da keinen plan habe so keine alles klar wird der echt spezialfähigkeit hier dass das mal gleich loslegen ohne dass man überhaupt weiß was man für fähigkeiten hat ich dachte ihm dass wir mitspieler also wie gesagt spielt das erste mal naja wenigstens muss kann sie den code eingeben den ich nicht kenne so wie wie so ein intro was man auch so leicht mal einfließen kann alles klar mich schon gewundert also ich fange an zu zocken und habe es gar nicht so richtigen griff was ich machen kann weil ich kenne das spiel ja gar nicht ja bin ich mal gespannt jetzt geht es richtig los unbekanntes gebiet zeit 18.05 oh ne geile landschaft da unten steht auch was ich machen kann schiff des laufen jetzt habe ich eine spezialfähigkeit mit kuh kann ich was machen mit e ist klar also ich habe da irgendwelche spächer fähigkeiten springen ist ganz normal ne ja so natürlich nicht war ja klar dass ich so anfange man 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 kann erst mal den weg finden hier so so gucken wir mal ich glaube wir sollten also mit zwei kann man die waffe wechseln sehr gut wir sollten mal lieber hier lang glauben wir sollten mal lieber hier lang glauben ne wir sollten mal lieber hier lang glauben ne wechseln wir uns auch feindselig oder sind feindselig ja ostiger kupferkrob und über die noch mal mit verkaufen wer weiß wer weiß aber der sieht so ein bisschen nach spaß aus würde ich sagen feuer schreien kann er auch noch ich hoffe er kann kein auto fahren oder so doch so einer und jetzt unter mir ich kann auch kann auch fliegen und nicht schwer habe ich auch noch so licht schlag wird es die mittlere maustasse ich muss ja mal schlag kommen wird aber was sollten wir hinbekommen so d und shift an shift ist ausreichend gott wenn wir mal klarkommen keine frage aber das so demo like wollen wir noch gar nicht so ich weiß was man machen soll geht so ein bisschen die einführung irgendwie halt jetzt stehen die schon wieder auf so ein bisschen meine spezalkräfte hier nicht ja beim shooter immer an bewegung bleiben so und ich nehme nicht den gegner irgendwo reinlaufen aber ich bin völlig ja 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 stimmt die die stollenfächer komplizierte das ist echt sehr merkwürdig kannst du schiff da drücken wahrscheinlich müsste mal überlegen ob man das vielleicht mal mit dem spiel wie in space ist klettern okay da geht es nicht lang ach da ist eine treppe alles klar habe ich natürlich wieder nicht gesehen was hier denn schön da gibt es 30 meter in die richtung genau was wir hier so machen können die entrance to a cave das ist eine schöne höhle schön tief crouch ist c sieht aber auch nice aus weiter springen space während sprint also weiter springen was haben hier wo sind wir meine flascher fähig immer schnell weg bewegung plant die kommen hier kommen macht sich weg hier ein bisschen erholung brauchen wir jetzt hier die sind aber lästig ach jetzt haben wir auch noch ein Rätsel hier sind hier symbole drauf nein das sind ja nur drei platten ok das geht ja meine drauf wie funktioniert das genau das würde ich mich auch mal da müssen ja auch alle in einer Reihe sein warte mal da hat sich schon was getan das ist aufgegangen das heißt wir lassen das nochmal rotieren ach alles klar ich glaube ich weiß wie es geht so da müsste jetzt eine Verbindung hergestellt werden ja ja dazu immer noch mal den äußeren alles klar so dann müssen wir es haben also da sind die dreiecke hier prima prima ah wunderschön am sonntag morgen mit glas milch in der hand also neue fähigkeiten verfügbar ich kann auch ich komme ja mit den alten noch nicht mal zurecht jetzt sollte ich schon neue ähm naja nehmen wir mal so hin 60 60 status verbesserungen 162 habe ich hier kann ich die dann immer freischalten freigeschaltet jetzt habe ich noch 102 übersteuerung 12 das war es dann wieder obwohl wir haben jetzt noch fähigkeiten das ist das hier rüstungspotenzial freigeschaltet ja mehr können wir da nicht machen so hier ist das dorf gegangen ne genau muss in die richtung äh wird schon wieder kleine schlange mal so nebenbei so was stand da lecker aus es war ein 30 meter die sehen ordentlich so aus als wenn die uns gerade friedlich gesonnen wären so ich sehe ja gar nichts im nebel ja das war es erstmal komplett war ja auch klar also aber da muss ich sagen wenn du dann nebel rein springst und du siehst vorher nichts und weißt nicht dass die da sind naja okay wieder zu wenig bewegungen so das ist ja auch nicht ändern aber auch mit der blindgranate das ist immer so schön immer schön in bewegung bleiben wer kommt da denn an leckt mich an den tisch doch der wolf von rothkäppchen oder ich bin auch noch andere angelaufen vielleicht wird es meine vielkeiten glaube ich zu wenig ich hab doch rothkäppchen nicht den wein geklaut das warst du doch meine erste gefressen schnell weg hier aber das bisschen sauer steckt ja dann eine so jetzt haben wir wieder so einen punkt erreicht wo wir hoffen können dass wir das überleben wollen wir jetzt ein bisschen ausweichen ja der im kreis läuft sehr schön ist der unser poker unser wolf ist der weg hier ja gerade samt poker und das sieht nicht aus wie poker und das 51 meter an die richtung jeder geht rüber wäre ich die fähigkeit das feuer zu löschen ja ich sollte ja noch die hunde vom nachbarn füttern auch sehr gut so steht ihr ja oft ne muss echt aufpassen jetzt muss die brücke da rechts runter gehen die brücke in fronte aus sehr schön dass die jetzt auch noch fliegen können vielleicht ist noch ein bisschen distanz mann hast du das lauf oh mann müssen uns doch nicht von den idioten verprügeln lassen na egal weiter geht's ich habe mich schon gefreut dass die hier nicht ganz so extrem sind ich muss echt aufpassen das beste mal geht rein und geht wieder ein stück raus wenn man nicht von hinten überrascht wird ja die strategie ist auf jeden fall besser ich darf natürlich jetzt auch nicht von der brücke fallen kleiner headshot da zermatscht die rübe sehr gut ist jetzt hier ruhe wir haben mir vor wie so ein türsteher der gerade so ein bisschen aufräumen muss unschöne schwert das ist so morsch hier wenn ich dann nach unten falle bin ich wahrscheinlich tot ja das lassen wir lieber es ist alles klar das muss man auch mal merken da kann ich mit dem schwert richtig losgehen das licht reagiert auf die ausrüstung hat sie gesagt holen wir mal hier wir müssen aber trotzdem irgendwie das tor öffnen ja sehr gut ist das so eine art erweiterung hier das sieht ja auch geil aus ist das so eine art erweiterung 2 cm darauf gleich mal einen schluck milch auch ich glaube nicht dass der mich da mit zeitungs abo fragen möchte das ist doch der medizin und hat mir gerade die milz raus geschnitten scheiße also einfach mal somit ich laufe auf ihn drauf los und zeige ihm wer das größte gesperrt funktioniert nicht scheiß alter der hatte wort ich glaube da muss ich mal ein bisschen laufen hier der vorteil ist natürlich dass wir hier eine große fläche haben dauert es halt ein bisschen länger aber egal meine fähigkeiten sind hier gar nicht wir laufen 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 und schließen springen wir mal über den zaun vielleicht kommt da nichts mehr mit das ist ja wieder ein hörten laufchen ein bisschen sportlicher das ganze der war so schnell nahe und fix mich nicht zack ja der hat zwar kraft aber ich denke halt macht doch nicht meine hürden kaputt hier alter der zackten baum hier dass noch einer hier lieber bäume fällen ich bin zufrieden oh Gott hat super geklappt dass ich da runter springe jetzt doch dem der 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 mann 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 aber so funktioniert es anscheinend dass man erst mal eine runde weg läuft ach jetzt kommen die auch noch ja klar super keine frage bei der hat er ja gar nicht war hat er schon wieder getroffen so wir machen jetzt hier wieder einen kleinen hürdenlauf verrückt das hinter uns hinterher jetzt entdeckt schon wieder ein paar bäume jetzt entdeckt schon wieder ein paar bäume lieber als vollsteller arbeiten soll ja der der musste hier rüber springen schneller zu laufen als die anderen das ist ein tipp den würde ich immer empfehlen hat er noch vom zaun bisschen was über gelassen ja hier ist immer energie zum sammeln der der schlägt der seine eigenen leute das überlebe ich nicht also schnell weg ja ich kann den zwar mit dem schwert eingeben aber das ist mir zu heikel hier noch ein paar pünktchen einsammeln der weg halter falter aber das sehe ich der folge dass remmen from the ashes gespielt habe das auch oft bei den gegnern besser ist ein bisschen weg zu laufen gerade bei den ganzen großen wir haben jetzt zeit also von daher ja schön paar punkte paar punkte hier brennt ach die scheiße der ist ja schon wieder da ich glaube ich glaube dass wir den ganz gut aus dem weg gegangen sind doch wir machen das nur einen Hürdenlauf nochmal das hat gleich ganz gut funktioniert ja komm jetzt weg ah komm lauf ah wollen wir hier nicht drauf gehen wir haben den gleich ein bisschen konzentration hier ein bisschen konzentration hier ach alles klar wow wir haben es gepackt leck mich an der tisch der war aber auch hardcore der typ wir haben es in der schule beschrieben schaut mal das Pauknot die blase es ist sauer es ist sauer es ist sauer so frontalangriffe funktionieren hier ganz gut dann hat man echt ein problem jetzt gucken wir mal das sind ja unsere erfahrungspunkte die wir eingesammelt haben wir ja mal unsere fähigkeiten erweitern was nehmen wir denn mal was ist denn druckwelle lichtschwert energie mausrad runter gegner mit schockwelle aus dem lichtschwert zuführen nur kann ja nicht frei nicht verkehrt sein das habe ich schon freigeschaltet ich bin auch ein schlumpf so was haben wir einen blitz dreimal f drücken erzeugt ein elektrisch strom der schaden verursacht okay taste 50 grüner und erzeugt du müsst zuerst stillstand freischalten okay machen wir das erst erzeugt quantenfeld dass die bewegung von gegnern stoppt okay jetzt haben wir hier noch 110 freigeschaltet voll abwehr 50 haben wir jetzt noch ne das reicht nicht okay aber wenn wir es mal ein bisschen aufgerüstet es ist wahrscheinlich hier runter ich dachte ich wäre auch springen gegangen naja das passiert wenn man es nicht kennt jetzt aber kommen jetzt passt passt also jetzt muss doch klappen ich bin schon gewundert warum der aus space nicht reagiert hat natürlich wird er hier draußen ach krass es ist es ist es ist es ist es ist Oh Gott, noch ein bisschen weiter nach hinten hier, nochmal ausweichen. Das ist nicht ganz geil gemacht, dass man nicht gleich draus geht. Die Gründerbraun ist ja auf einmal stehen geblieben. Das war ja mal nice. Irgendwas zum Einsammeln? Oh, alles klar. Hi, 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 hi. Das sind doch wirklich Wege. Mann, Mann, Mann. Da denkt man schon, man läuft schnell und springt. Oh, das ist echt aufpassen jetzt. Ja, hier geht's weiter. Ah, hab ich geschafft? Oh nein, er ist schon wieder. Okay, das konnte ich jetzt nicht beeinflussen, glaube ich. Das gehört irgendwie zur Story. Das war schön im Kreislauf. Oh, jetzt schnell laufen hier, weil wir brauchen ja noch gut. Ein bisschen verstecken hier. Ja komm, er hol dich, er hol dich, er hol dich. Ja, die ist sich hinter der Säule versteckt. Ja, das haben wir auch. Wer kommt denn da noch? Okay, er kommt dann auch noch um die Ecke hier. Was ist das jetzt? Huh! Der Crane und das Unterwärter Tablet müssen sich verletzt werden. Ich versuche, zu hoch. Das ist so eine Mischung hier aus Tomb Raider und Call of Duty oder so. Alles klar. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir haben... Irgendwie da oben ist der Kran. Da müssen wir es schaffen, dass es... Das sind wir halt da noch rum. Das zeigt mir auch an. Die Frage, wie wir da hochkommen. Wie geht's denn hier los? Ist denn hier irgendwie eine Möglichkeit mit Kuh oder so? Okay, da oben müssen wir auch hin. Da kann man nix machen. Also, wir müssen hier irgendwie nach oben. Ich finde aber auch keinen Haken, wo ich mich irgendwie... ranhangeln kann. Und zwar mit meinem... mit meinem komischen Seil, was ich so schwingen kann. Okay, die Konstruktion ist ja auch... Ich glaube, ich bin ein bisschen instabil, oder? Was passiert denn, wenn wir hier mal... Das Haus üben gar nichts. Das ist ein Seil. Das ist ein Seil. Und mit Kuh sagt dann aber auch ein gültiges Ziel. Also, ich muss irgendwie einen anderen Weg da hoch finden. Ah, alles klar. Das sieht auch schon mal besser aus. Okay, ja. Stimmt, sprinten und springen sollte man. Okay, jetzt sind wir hier. Wir müssen aber nach da oben. Das ist ja irgendwie was... zum Drehen oder so? Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass... ich die Kiste da oben... wenn das überhaupt eine Kiste ist... weil ich das richtig gesehen habe... irgendwie runterziehen kann vielleicht mit Kuh oder so. Aber nee. Macht er nicht. Alles klar. Guck mal hier mal weiter. Uiuiui. Gibt's ja auf der Seite hier irgendwie noch was zu drehen. Ah, hier schon mal ein Bohrfacken nutzen. Alles klar. Ich hab mir schon gedacht, dass es ein Hebel ist. So. Sehr schön. Jetzt haben wir das quasi aus der Wand rausgefahren. So. Die Chains und die Pillen sind sinnvoll. So. Echt aufpassen hier. Wo wir uns bewegen. Ah, das war zu dämlich. Das war nicht gut. Na egal. Wir sind ja jetzt im Weg ungefähr. Hier rüber. Hier rüber. Und dann hier rüber. Und dann geht's da nicht mehr weiter. Das ist ja wieder mal ein tolles Rätsel. Hebel. Die Frage ist natürlich auch. Gibt es hier noch einen anderen Hebel? Ah, da ist noch ein Bohrfacken. Sehr gut. So, komm. Ein bisschen Schwung holen hier. Wie lange hältst du das nicht mehr durch? Ne. Müssen wir noch mal machen. Okay. Das war kein Ding. Wir wissen jetzt, dass es da hoch geht. So. Hier geht's hoch. So. Da oben ist die Kette gewesen. Ist ja wahrscheinlich gleich beim ersten Mal. Genau. Während wir da ankommen. So. Hier geht's weiter hoch. Ah, alles klar. Wir haben's. Sehr gut. Hier ist der nächste Hebel. Und dann müsste die Plattform da rechts eigentlich runter gehen, oder? Auch nicht schlecht. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum ist er da nicht rüber gesprungen? Ja, sogar mit Anlauf. Ja, das müssen wir gleich nochmal austesten. So. Jetzt mal hier. Ist natürlich klar. Wenn ich jetzt, äh, ganz normal rüber springe, würde er es nicht schaffen. Mit Anlauf müsste es aber klappen. Wollen wir mal, ob das... Oder? Ja. Alles klar. Ich hab mich schon gewundert, der... Super! Ja, wieder ein Artefakt gefunden. Aber der wird ja wahrscheinlich gleich wieder irgendwas Großes rauskommen. Ja. Ja. Und das haben wir wieder gelernt. Wir müssen uns bewegen. Mucke erinnert mich ein bisschen an Halo. Äh, nicht Halo. Mucke erinnert mich ein bisschen an Halo. Also, wir haben die ganze Geschichte gemacht. Ach geil. Wir können hier einfrieren jetzt. Ja. Den haben wir schon mal. Ja. Wieder ein bisschen laufen jetzt. Ich muss keine Experimente. Ja. 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 Das sieht ganz geil, es gab sogar Remmen from the Ashes auch, so wie du in so eine Blase einfrieren konntest, dann könntest du drauf ballern. Ach du Scheiße, der böse Wolf ist wieder da. Boah, nochmal hier lang kann er uns nicht schlagen. Das regt aber ordentlich, die haben auch gar keine Energieanzeige. Ja, ich werde weg, weil das wäre sonst der Tod hier. Passiert auch nichts, wenn ich da auf die schwarzen Blase schieße. Ich dachte, dass ich denen dann Energie abziehe. Hier ist doch mal ganz schön was los. Leck mich an der Tasche her. Jetzt springen wir hier mal rüber, das hat vorhin auch geklappt. Dann war es nur ein Holzzaun. Da können wir mal schöne Erfahrungspunkte sammeln. Was ist das hier eigentlich immer? Was ist das, haben wir echt gesperrt? Du kannst ja nichts machen. Ah, jetzt haben wir ihn, ja? Wow. Alter, das war aber... Allerhöchste Eisenbahn. Ich glaube, ich bin der erste Archäologe, der irgendwie aus so einem Altar springt. Ich sollte das Statue mit dem Doktor nehmen. Es muss einiges Zeichen haben. Die Tür ist örtet. Ich sollte hier rauskommen. Ah, sehr gut. Alter, ich wollte sagen, da habe ich sogar Glück gehabt, dem Unglück, dass er von der Decke fiel. Das wird wahrscheinlich zur Geschichte dazu. Ach, hier sind wir mal wieder. Ach, du heilige Neune. Mann, Mann, Mann. Das ist der neue Paketbote von DHL, glaube ich. Ja, ich werde sich die Pakete immer annehmen. Ich bin immer zu Hause, wenn sie klingeln. Der hat noch nicht mal einen Kopf. Wahrscheinlich auch für Botter. Der hat noch nicht mal einen Kopf. Wahrscheinlich auch für Botter. Das sind wieder so die Typen, die sind so behäbig. Alles gut. Aber wenn die treffen, muss ich nicht dabei sein. Los, komm schon. Ja. Ja. Beruhig dich kleiner. Ich muss sagen, der ist angenehmer als der Wolf. Ja. Nein, der verwandelt sich jetzt hier nochmal. Dass er im Kopf wächst oder so, wenn ich ihn fertig gemacht habe. Der hat sogar zwei Augen an Applaus. Ja. Ja. Da habe ich mir den Kopf gestoßen. Okay. Ja. Ja. Das habe ich mir doch gedacht. Das habe ich mir doch gedacht. Jetzt habe ich hier noch das Feuer. Ja. Muss auch passen. Das wäre auch zu einfach gewesen. Oh, da gehen wir aber fast die Lichter aus, ey. Muss man hier ein bisschen ausweichen. Ah, das ist noch ein anderer. Ah, scheiße. Oh, heftiger Typ, ey. Fängt so harmlos an und dann brennt der Helm. Aber gut, dass... Wir müssen jetzt sogar noch aufpassen, es kommen noch andere Gegner. Feuer müssen wir auch noch ausweichen. Ah, jetzt kommt da noch ein anderer Zombie. Okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Lass mich hier wieder Energie sammeln, indem wir ein bisschen ausweichen. Alter, das wird aber nichts. Ah, das ist jetzt so ein bisschen Hardcore, muss ich sagen. Aber... Okay. Aber... 10 Versuche, dann wird es irgendwie klappen. Ist ja wie immer. Das muss dann aber auch so sein, wenn der platt ist und die anderen platt sind. Wenn er aber auch wirklich Ruhe ist. Springen kann er jetzt auch noch. Oh, ganz schön Bewegungen hier in der Hütte. Mal ausweichen. Und jetzt mal aufpassen, dass wir hier... unsere Energie im Griff haben. Scheiße, jetzt geht schon wieder das Licht fast aus. Komm, 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 erhol dich. Wir laufen jetzt hier mal im Kreis. Ah, hat ja fast geklappt. Ah, scheiße, Mann. So, einmal der falsche... falsche Timing haben. Boah, jetzt geht das Licht schon wieder fast aus hier. Ja, wir müssen... aufpassen hier. Ah, nee, schade. Ah, nee, schade. Oh. Aber er ist so packen. Wie jeder Gegner in jedem Comp-Shooter-Spiel kann man ihn schaffen. Ist halt nur ein bisschen spezieller und intensiver. Was ich ein bisschen schade finde, weiß ich ihn irgendwie nicht. Ein bisschen aufpassen hier, wegen dem Feuer. Wenn ich irgendwelche... Aua. Spezialpunkte hatte oder so. Okay, da darf ich nicht zu nah ran. Ich muss echt... ein bisschen mehr Abstand halten. Jetzt sollte ich auch lieber so laufen. Ja, das war's schon wieder komplett. Hm, da müssen wir uns ja mal was ausdenken. Ich will gleich mal gucken, wenn er... gerade aussteht, ob ich meine Punkte noch einsetzen kann. Ich habe ja noch einiges, ähm... eingesammelt. 124. Vollabwehr. Wir machen ein bisschen... ein bisschen ankitzeln in den Typen. Das funktioniert auch nicht immer. Ja. Wir müssen nicht in den Typen rankommen. Oh, das ist gar nicht verkehrt. Die Pupen... ...die Pupen... Wir laufen ein bisschen... Energie. Okay, da war ich wieder ein bisschen mutig oder zu mutig, weil es gar nicht so verkehrt war. Ich glaube, die Schläge hat er auch abbekommen. Ich kann ihn sogar von Weitem damit treffen. Ich weiß nicht. Ich habe ein Lichtschwert. Das war ein bisschen Risiko reich. Ja. Ja, das ist schon ab und zu immer so ein Licht, ein Moment, wo eine echt super trifft. Ich ändere mal die Laufrichtung. Komm, mach dich da weg. Brauchen wir Energie. Scheiße, komm, 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 den packen wir noch. So weit waren wir noch nie. Das war wieder zu nah, zu nah, zu nah, zu nah. Aber, ja, komm, los. Wir haben den gleich, ey, bloß nicht aufgeben. Da bin ich ja aufschnitten, echt. Die haben wir so gut im Griff. Los, komm, 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 komm. Jawohl, Alter, jetzt haben wir ihn. Exekutieren. Ja, sehr geil. Mann. Der ging mir auch um Piss. Dann muss ich mal ein Glas Milch trinken. Noch ist es dunkel, aber das Licht wird dich ja einholen. Da passen wir auf keinen Fall die Update zu Brad Mary Infinity. Das ist jetzt von Brad Mary. Können das spielen, danke. Ja, sehr gut. Ja, das wird das nächste Update auf jeden Fall. Das wird bestimmt auch sehr nice. Oh, wenn dich da so ein mega fetter Typ triggert, ey. Das ist ja kaum eine Chance. Aber wir haben es geschafft. Oh, wer hängt da denn? Das sind doch unsere Gegenspieler. Ich würde sagen, die hängen da, weil sie sich mit dem Falschen angelegt haben. So, Episode 1-1 durch. Zwölf Tode sind wir gestorben. Gesamtschaden 444. 854. Style-Dauer 596. Zeit 43 Minuten. Ach, das war es schon. Das ist quasi, wir haben es jetzt schon durchgezockt. Und das nächste, was wir machen können, hier ist der Infinite Trailer. Ja, das wird wahrscheinlich das große Update. Das war hier quasi wie so eine Art Grafik-Demo. Aber war sehr geil. Also hat mir Spaß gemacht. Wenn das Update rauskommt, das ist sogar für mich kostenlos, weil ich das Spiel ja bezahlt habe. Genau, dann können wir das weiterzocken. Sehr, sehr geil, ey. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Mach an dieser Stelle erstmal Pause. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Stream. Und seid gespannt aufs nächste Update von dem Game hier. Das geht auf jeden Fall ab. Das wird bestimmt richtig nice. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag. Und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.